Herzlich willkommen zu Spirit. Sein Name ist eng verbunden mit den neuen geistlichen Gemeinschaften und den Weltjugendtagen. Ich spreche von Dr. Paul Josef Kardinal Cordes. Bereits seit 1980 steht er im Dienst des Heiligen Stuhls und ist somit der dienstälteste deutsche Kurien Kardinal. Über seinen Weg im Dienst der Kirche und Mitarbeiter dreier Päpste möchte ich nun mit dem ehemaligen Präsidenten des päpstlichen Rates Cor Unum sprechen. Herzlich willkommen Kardinal Cordes. Danke Herr Blumberg. Sie begannen Ihr Studium seinerzeit nicht mit Theologie, sondern mit Medizin. Wie oder was hat Sie zu Ihrer Studienwahl damals bewogen? Ich wusste nicht recht, ob der liebe Gott mich berufen hatte zum Priestertum. Und das kam mir auch alles ein bisschen riskant und ungewöhnlich vor. Ich stamme aus einem Gasthof, aus einem Hotel, meine Eltern hatten ein Kino. Das Ambiente bei uns war sehr normalweltlich. Nicht gegenchristlich, aber auch nicht artikuliert christlich. Und dann hatten wir einen Religionslehrer, der uns alle nervös machte. Wir müssten Priester werden oder jedenfalls in einer großen Freundlichkeit uns immer wieder nahe legen. Und am Schluss der Schulzeit, beim Abitur, wusste ich dann nicht mehr, wer beruft dich denn jetzt, der Religionslehrer oder der liebe Gott? Und dann wollte ich erst mal eine Zeit der Prüfung einschalten und habe Medizin studiert. Was ich nicht wusste, war, dass eine Ordensfrau in meinem kleinen Heimatort im Sauerland immer für mich gebetet hat, ich müsste Priester werden. Der liebe Gott müsste mich annehmen. Und dann hatte ich drei Jahre Theologie studiert und hörte, die Schwester Kandida in Olpe, sie war inzwischen Oberin im Mutterhaus geworden, bietet immer für dich, dass du Priester werden sollst. Und ich war sehr ungehalten. Ich fand es unfair, dass diese Frau hinter meinem Rücken meinen Lebensweg bestimmt hatte. Und bin dann zu ihr hingegangen und habe ihr das genauso gesagt. Schwester Kandida, Sie hätten mich doch wenigstens fragen können. Mit 27 Jahren wurden Sie dann zum Priester geweiht, aber niemand lässt sich zum Priester war Ihnen mit dem Ziel, eines Tages mal Kardinal zu werden. Was war Ihre Motivation, Priester zu werden? Ich habe immer schon gerne mit Menschen über geistliche Dinge gesprochen. Ich erinnere mich schon als Schüler über den Glauben, über die Nähe Gottes, das Suchen Gottes. Und dann kam jetzt, sicher vermittelt durch das Gebet dieser Ordensfrau, dazu, ich war mir ganz sicher, wenn ich den Willen Gottes tue, werde ich glücklich. Das Problem lag zunächst darin, herauszufinden, was will Gott von mir. Aber als ich das entdeckt hatte, er will, dass du Evangelium verkündest, in der Gemeinde arbeitest, den Menschen Christus näher bringst, als ich dessen sicher war, dann habe ich gedacht, also dann ist Priestertum der richtige Weg. 1961 war es dann soweit, da wurden Sie zum Priester geweiht. Das war unmittelbar vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also ein Jahr davor. Wie haben Sie dann den Übergang als Priester erlebt von der sogenannten Vorkonziliarenkirche zur Nachkonziliarenkirche? Wir haben eigentlich jedenfalls, was Liturgie betrifft, schon in unserer Ausbildungszeit sehr darauf gewartet, dass wir die Messe in Deutsch feiern durften. Wir hatten einen sehr guten Subregenz, der uns liturgisch sensibel gemacht hat, dass die Liturgie zunächst der Ehre Gottes gilt, aber auch die Menschen, die da feiern, einbeziehen muss. Ich erinnere mich, ich habe irgendwann in der Schweiz vor dem Zweiten Vatikan meine Eucharistie mitgefeiert, die mich schockiert hat. Die ganze Kirche war voller Leute und sie warteten auf das Ende der Messe. Sie waren gar nicht beteiligt, sodass ich also die liturgische Veränderung hin zur Muttersprache sehr begrüßt habe. Die theologischen Schwierigkeiten, die im Zweiten Vatikan umbehandelt wurden, die habe ich gar nicht so verfolgt. Ich habe zu einer Zeitung gelesen und in den Medien war da natürlich oft von dramatischen Situationen die Rede. Aber wenn man so als junger Priester viel zu tun hat, dann interessiert es einen gar nicht so sehr. Man verfolgt nicht so stark, was an der Spitze der Weltkirche dann vonstatten geht. Ein spezielles Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzil. Damit haben Sie sich dann aber später sehr intensiv beschäftigt und zwar bei Ihrer Doktorarbeit bei Professor Karl Lehmann und zwar über das Dekret über den Dienst und das Leben der Priester. Welchen persönlichen Nutzen haben Sie aus Ihrer Doktorarbeit gezogen? Ja, ich muss zunächst sagen, dass ich meine priesterliche Tätigkeit dann nach einer kurzen Phase in Institutionen getan habe, die der priesterlichen Ausbildung dienten. Zunächst im Studienheim St. Clemens in Bad Trieburg mit Spätberufenen. Da war ich vier Jahre und dann war ich Jahre nochmal in der priesterlichen Ausbildung der Diözese, sodass die Frage nach dem priesterlichen Dienst sich durch meine seelsorgliche Erfahrung nahelegte. Und dann hatte ich allerdings auch wirklich den lieben Gott als Schützenhilfe. Als man mir in Paderborn sagte, ich sollte doch eine Doktorarbeit schreiben. Da kam natürlich diese Frage des priesterlichen Dienstes gleich in den Vordergrund und ich fand dann den Karl Lehmann, damals Assistent von Karl Rahner. Ich war sein erster Promovent und ich verdanke ihm unendlich viel für die wissenschaftliche Ausbildung. Ich habe ihm später dann auch gesagt, lieber Karl, ich bin nicht alles mit allem einverstanden, was du so machst. Das weiß er auch. Aber andererseits muss ich ihn ganz hoch werten als meinen Begleiter bei dieser Doktorarbeit. 1976 wurden Sie zum Weihbischof geweiht, Weihbischof in Paderborn, also Ihrem Heimatbistum. Und als Leitwort Ihres bischöflichen Dienstes haben Sie gewählt, Gott ist treu. Wie haben Sie in Ihrem persönlichen Leben erfahren, dass Gott treu ist? Ja, wenn ich so an meinen Lebensweg denke, ich bin jetzt 83, ich wusste das damals noch nicht, 76, das liegt schon ein bisschen zurück, aber ich hätte vielleicht sagen sollen, Gott ist treu und er überrascht dich. Ich würde sagen, diese Treue Gottes zeigt sich in all den Winkelzügen meines eigenen Lebens. Ich habe nie eine lange Sache planen können, sondern es kam immer etwas Überraschendes, was mich herausforderte und andererseits mir viele schöne Dinge im Glauben und ich würde jetzt mal etwas pathetisch sagen, die väterliche Liebe Gottes gezeigt hat. Also natürlich gibt es Dunkelheiten, es gibt Ärger und man muss auch seine Zähne zeigen, wenn es nötig ist. Ich bin nicht für ein Christentum, was überall die süße Soße drüber schüttet und sagt, es ist ja alles so schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal muss man auch sagen, wo die Wahrheit liegt und zwar sehr deutlich, aber andererseits die Resonanz bei den Gläubigen, denen man helfen kann, Gott zu finden, bei Gott zu sein, die erfüllt an das Herz und darin sieht man die Treue Gottes. Gott ist treu und er hat Überraschungen bereit, haben Sie gerade gesagt, eine Überraschung kam zum Beispiel 1980, als Papst Johannes Paul II. sie nach Rom berief. Sie wurden Vizepräsident des päpstlichen Rates für die Laien und da haben sie die neuen geistlichen Gemeinschaften gefördert. Inwiefern können gerade diese neuen geistlichen Gemeinschaften den Durst des Menschen nach Gott stillen? Ich war überrascht, als ich in Rom dann im Rat für die Laien diese neuen Gruppen entdeckte, die ich von Deutschland eigentlich kaum kannte. Und einerseits war der Umgang mit diesen Männern und Frauen und den Jugendlichen bereichernd, nicht immer einfach. Andererseits konnte ich nicht verstehen, wieso die Hirten der Kirche, die Bischöfe und die Priester nicht die Freude des Glaubens sahen, die in diesen Leuten steckte. Wieso man etwas gegen sie hatte. Und ich habe mich dann sehr auf sie eingelassen und muss also sagen, ich habe viel von ihnen gelernt. Viel von ihnen auch an Freiheit, an Durchsetzungswillen, um Christi willen. Nicht weil wir wichtig wären, sondern weil diese Menschen den Eindruck vermitteln, sie haben etwas entdeckt, was sie weitergeben wollen. Um es ganz einfach zu sagen, ich habe die Überwindung der Konsumentenmentalität bei ihnen entdeckt. Sie sind nicht Leute, die an die Kirche Ansprüche stellen und von der Kirche bedient werden wollen, sondern sie sind elektrisiert von der Wahrheit des Glaubens, die sie anderen Menschen mitteilen wollen. Und das ist das Schöne. In den geistlichen Gemeinschaften sind auch viele Jugendliche. Stichwort Weltjugendtage. Zusammen mit Papst Johannes Paul II. gelten sie als Erfinder der Weltjugendtage. Und seit dem Jahr 1984 haben sich die Weltjugendtage zu einem gigantischen Erfolg der katholischen Jugendpastoral entwickelt. Wie kam es zu der Idee? Wir hatten in Rom ein Zentrum eröffnet. Ein Zentrum oder eine Plattform, auf der jugendliche Pilger und Touristen, die nach Rom kamen, auf junge Römer treffen konnten und Römerinnen. Weil manchmal diese Jugendlichen, die wurden manchmal aus Schulklassen geführt und wie sie sagten, man zeigt uns immer nur alte Steine. Wir wollen endlich mal junge Gesichter sehen. Und dann haben wir also die Jugendlichen der neuen Gemeinschaften zusammengetrommelt und haben da eine Plattform geschaffen im Centro San Lorenzo. Und die Idee von den Jugendtagen kam aus diesem Centro. Es kam ein junger Mann zu mir, der mir sagte, jetzt sind also im Jahr 1983, das war das Ausdruck.